Musik Auf geht's nach Fehring! Man verlässt die Millionenmetropole Wien, begibt sich auf die Südautobahn, wo man jetzt über eine Stunde verbringt, um anschließend in die Südoststeiermark zu gelangen. Eine sehr, ja, am Rande Österreichs liegende Region. Musik Ja, für die neuen Zuseher unter euch, willkommen zum Seabird Vlog. Das ist etwas, was ich über ein Jahr lang gemacht habe, jeden Tag ein Video zu drehen. Man kann sich die ganzen alten Videos noch anschauen auf YouTube. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Aber ich dachte mir, es ist mal wieder an der Zeit, einen Vlog zu drehen. Weil, was ist, was passiert in der Zwischenzeit? Ich bin Social Entrepreneur geworden und arbeite jetzt für Patron for Change. Schaut euch die Videos mal an. Patron for Change! Ich arbeite noch immer für das Österreichische Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, halte dort Vorträge. Ich arbeite noch immer an der Uni Graz. Ich war in Portugal als Surflehrer. Den ganzen Sommer über beschäftigt war eine saugeile Zeit, kann ich euch sagen. Das Kryptenforum haben wir mittlerweile leider schließen müssen. An dem arbeite ich nicht mehr. In der Künstlergasse ist alles beim Alten, würde ich sagen. Ja, und ich arbeite am philosophischen Surfcamp. Im Jänner geht's voraussichtlich nach Marokko. Marokko. Das war der sogenannte Türkensturz. Schöner Name für eine Felswand. So, nach einer Stunde Autobahn verlassen wir diese bei Ilz und begeben uns durch die schöne Südoststeiermark. So, und wir sind in der Kaserne Fehring angekommen. Willkommen in Fehring. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017